Und euer Wecker, den wir machen, ist richtig und lieblich. Was erwartet ihr von euch? Der Watterionskommendant hat es schon gesagt. Ein intensives Training, ein Ernsthaftplaner, dass wir danach sind, wenn man es braucht, wenn man das Wettbewerb 14 für die Wirklichkeit und Vertrag bekommt. Und für den kommenden Dienst wünsche ich euch viel davon, keine Unfälle, dass wir am Schluss von dem Dienst wieder gesund einhören. Und gut zu retten, das ist bestätig. Nehmen Sie bald und ich sage euch guten Morgen. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020